Fünf prominente Gäste, jeweils eine Challenge und unzählige kulinarische Möglichkeiten. Das sind die LG Kitchen Life Stories. Hallo und herzlich willkommen! Wir begrüßen in unserer Küche fünf der prominentesten und beliebtesten österreichischen Influencerinnen, die kochen ihre Lieblingsrezepte und wir haben was vorbereitet, von dem sie noch keine Ahnung haben. Aber dazu gleich. Jetzt legen wir los! Und heute mein Gast, DJ Mosacken, einer der berühmtesten und besten DJs aus Österreich, legt in den besten Clubs in Wien, aber auf der ganzen Welt eigentlich auf, mit Masters of Dirt tourst du auf der ganzen Welt herum und du hast in der Pandemie die Turntables gegen die Küche getauscht. Du bist zum Foodie geworden, oder? Danke für die Introduction. Ja, ich liebe Kochen und das habe ich während der Pandemie einfach ausgiebig gemacht und heute freue ich mich, dass wir zusammen kochen. Was ist dein Signature-Tisch? Was hast du vorbereitet für heute? Heute machen wir Hummus, haben wir einen Kaffiol, den wir grillen und dann mache ich uns noch einen Drink. Okay, das heißt, da vorne sind wir schon die Zutaten. Genau. Bieterbrot gibt es wahrscheinlich einfach dazu. Genau, zum Hummus, dann haben wir hier ein paar Sachen für eben für den Hummus und da die Sachen für den Cocktail. Kaffiol ist aber jetzt nicht da, der ist im Kühlschrank. Schau mal im Kühlschrank. Ah ja, hinten sehen wir schon Kaffiol. Genau. Und da habe ich uns Soju mitgenommen. Das ist Soju. Eine Spirituose aus Korea. Und natürlich der Gin darf nicht fehlen für unsere Cocktail. Dann nehmen wir mal den Kaffiol raus. Und den direkt so wie er ist in den Ofen. Wird der vorher noch waschen? Genau. Waschen ihn, kochen ihn und dann in den Ofen. Okay. Da haben wir einen großen Topf, viel Wasser, braucht viel Salz. Und jetzt einfach voll auf, muss kochen. Genau. In der Zwischenzeit machen wir wahrscheinlich Hummus, oder? Genau. Knoblauch kommt rein. Die Limette nehme ich immer ein bisschen von der Zeste auch. Okay. Dahin kann ich auch schon reingeben? Genau. Das Ganze, oder? Ja, hau rein. Und jetzt quetscht oder in die Limette auch noch den Saft raus. Genau. Jakob, wir brauchen noch ein bisschen Eiswasser. Also Eispfiffel rein und Wasser. Da, damit wir die letzten Sachen rauskasten. Genau. So, zu viel? Das passt. Oder passt das? Und jetzt nehmen wir noch Wasser. Wasser dazu? Du sagst Stopp? Ja, rein. Ah, richtig voll machen. Passt, passt, passt. Sehr gut. Ja, aber das ist ein guter Hack, oder? Weil der kriegt mir die letzten Reste noch raus und du brauchst das Eis sowieso. Genau. Ich brauche das Wasser, das Kalte. Ja. Salz geht man auch noch ein bisschen rein. Wie bist du zum Foodie geworden? Weil mein DJ erfolgreich unterwegs war, dann war das Lieferessen zu langweilig. Das auch. Aber irgendwie, es hat mit dem Reisen angefangen. Reisen und Essen, das war es in erster Linie. Und dann bin ich immer von den Reisen zurückgekommen und wollte die Sachen nachkochen. Teilweise gab es die Sachen nicht. Und ja, und so hat das angefangen und da habe ich mich irgendwie reingenerdet. So wie beim Auflegen. Das ist auch eine Speise, die ich oft gepostet habe auf Instagram und da haben mich immer viele gefragt, wie machst du das Instagrammable aus? Genau. Es ist super easy, aber es sind so ein paar kleine Punkte, wo man aufpassen muss, dass es dann perfekt ist. Ja. Okay, also wir haben da drinnen Knoblauch, Salz, Tahin, Limette, Limettenabrieb, Eis und jetzt kommen die Kichererbsen dazu. Ja. Und das alles zusammen gemixt ist nachher Hummus. Genau. Was du bis jetzt noch nicht weißt, ist, wir haben da einen Countdown mitlaufen. Wenn der abläuft, passiert etwas. Aber was dann passiert, ich habe selbst noch keine Ahnung, die Redaktion hat sich irgendwas überlegt. Schauen wir mal, wie es mit dem Kaffeehol geht. Yes. Jetzt geht die Post ab. Das heißt, der ist jetzt eigentlich schon durchgegangen. Im Ofen wird es nur noch knusprig, aber essen könnte man noch jetzt haben. Korrekt. Ah, jetzt schaut es wirklich aus wie bei Jamie Oliver. Ja. Okay. Da haben wir so ein Nest. Bist du das hier rein? Ein Backpapier-Nest. Ja. Der kommt jetzt... Ah, dass er nicht umkippt. Mhm. Verstehen. So, das passt. Und das haben wir jetzt in den Ofen. Das heißt, wir haben genug Zeit? Für einen Drink. Für einen Drink. Sehr gut. Wir brauchen dazu... Genau. Okay. Das sind koreanische Spiritosen und Gin. Gut. Gibt es den Drink schon oder hast du den jetzt extra entwickelt? Den habe ich extra kreiert. Okay. Die LG Kitchen Life Signature Drinks. Korrekt. Sehr gut. Ah, Limetten wieder dazu. Das geht immer, oder Gin? Und Limette geht eigentlich... Das schmeckt super. Die nehmen wir zusammen. Ja. Einmal Gin. Ja. Sechs TL. Mach es rein. Ich schneide da wohl die Limette. Wie heißt das nochmal? Soju. Das ist ein Spirit aus Korea. Wie viel? Da haben wir mal vier rein. Vier, oder? Das ist noch ein Minz-Lavendelsirup, den ich gemacht habe. Dann nehme ich noch sechs TL von Cranberry. Sechs TL von Cranberry. Okay. Offensichtlich Challenge Time. Was passiert jetzt? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, was cool ist. Ah, schau. Da kommt schon ein Kuvert. Okay. Ich bin gespannt, was da drin ist. Challenge für DJ Moussaken. Da die Musikszene ja dein Zuhause ist, haben wir uns für dich eine dazu passende Challenge überlegt. Obwohl der LG InstaView Kühlschrank selber super leise läuft, sollst du, lieber DJ Moussaken, nun damit einen coolen Track samplen. Okay, cool. Der LG InstaView ersetzt also heute deine Turntables. Dabei kannst du dich an allen Features des Kühlschranks bedienen und deinen ganz persönlichen LG InstaView Sound kreieren. Also, ran an den Kühlschrank, fertig, los. Mit dem Handy Trüner aufnehmen auf dem Kühlschrank und daraus dann ein Beat samplen, oder was? Cool. Finde ich eine gute Challenge. Kannst du daraus wirklich ein Beat machen? Kannst du daraus wirklich was machen, wo man nachher sagen kann, okay, das läuft nächstes Mal im Volksgarten oder irgendwo? Hoffentlich. Es ist dein Job. Okay. Schau mal, ob ich da jetzt ein Beat zusammenbekomme. Ich meine, der Kühlschrank macht eigentlich keine Geräusche, aber ich versuche da was rauszuholen. Ja. Du gibst mir die Daumen. Beide gedrückt. Let's do it. Ja, Beat, weiß ich nicht, ob ich mit dem im Club anhören würde, ehrlich gesagt. Das ist ja nichts, wo du weg gehst. Das ist richtig. Mit genug Drinks wird auch der Peter Febbel... Nein, nein, nein. DJ muss sagen, aller Ehre gerecht ist gut geworden. Jetzt unser LG InstaView Signature Drink. Der wird jetzt fresh geschakt. Okay. Hast du jetzt die typische... Ja. Oh, aus dem Tiefkühl auch was. Genau. Mega coole Farbe außerdem, gell? Ja. Ah, auf dem Rand. Das Erste, was die Lippen berührt, ist das gleiche mal ein bisschen Citrus. Genau. Und da am Griff, dass wenn du das Glas anfasst, ist deine Hände auch nach der Limette. Auf Bitten oder was? Nein. Nein, du riechst es ja dann. Okay. Wir trinken es noch nicht jetzt, ich hätte zwar schon mega Lust, aber zuerst das Essen, dann die Drinks. Let's do it. Also, Kaffiol. So, zweimal. Cool. Natürlich müssen wir nochmal Olivenöl drauf geben. Ja. Das schaut aber echt mega gut aus. Ja, jetzt kommst du zu dem Part, den ich am besten kann essen. Das Essen? Ja, passt. Let's go. Tschüss. Jetzt wirklich sehr guter Cocktail, sehr gutes Essen. DJ Moussaken, vielen Dank fürs Kommen, für dein Signaturedlisch. Danke. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten LG Kitchen Love Stories dabei seid. Okay. Alles dann. Na. Kann ich dir was falsch machen beim Schilden, oder? Nein. Aber so. Aber du kannst doch deine Honolulu Moves machen. Also, da ist die, die Blinöl-Lüge nicht去 dokumentiert. Aber du kannst doch gerne vielleicht bei meinem Rимся nicht so hochreißen.